Ich bin bei euch, ja. Das war natürlich 50-50 Chance, dass ich bei mir aufs Aufwachen bin. Na ja, ist doch nicht so schlimm. Wir sind doch im selben Tribe, das ist doch egal. So, naja. Also meine Handschuhe sind schon mal am Arsch. Die musst du dann einfach nur in die Werbung schmalten. Hallo? Wo ist mein Haus? Ach, da unten. Ach, Mann ey. Ich seh schon, dass mein Flugdino auch gleich tot ist. Ich hab schon einen neuen Parade, so wie ich mit. Ja, trotzdem. Aber deiner war eh kleiner, also. Das war aber mein erster. Komm bei mir nie rein. Bitte? Ja, weil dein Haus ist auf deinen anderen Tribe. Richtig. Setz dich frei. So, und jetzt? Was mach ich da jetzt? Frage, weiß ich. Prima, Alter. Oh Mann ey, ich lasse das ey. Aber das ist auch kacke, dass sich das nicht automatisch umstellt. Ja. Weil immerhin hat er es ja selber gebaut, eigentlich ist es Schwachsinn. Kann man die, äh, bestimmt kaputt machen, wa? Ja, ne, es ist ja nicht mehr deins. Das ist jetzt das Problem. Ich meine kaputt hauen. Ach so, ja, kaputt hauen kannst du das. Ach so, wie ist denn das, wenn ich jetzt losfahre? Bleib die Tasche auf dem Boot nähe. Das weiß ich nicht. Kann passieren, dass er weg packt. Ja, ich guck mal, ich nehme das Zeug lieber raus. Sonst nimmst du bloß erstmal irgendwas raus hier. Das Werkzeug auf alle Fälle. Ich meine, viel war ja nicht drinne. Den Kleinkraben, den kannst du ja drinnen lassen. Ja, die Faser und die Stäne und den ganzen Mist. Aber das, das Metall, die, die Kristalle und das... Ich bin schon, ich bin schon dabei. Das ist gut, okay. Bin schon dabei. Was saß denn eigentlich jetzt zu meinem Overlay? Ach so, hast du ja, glaube ich, schon mal gesehen, wa? Das We Love Let's Play, oder was? Ne, das Overlay. Was drum rum ist. Also oben die... Ja, hab ich doch schon gesehen. Sieht nice aus. Sieht richtig cool aus. Also mir gefällts. So, die Spitzsacke und das Ding lass ich drin. Okay, also komm ich jetzt zurück. Ja, bitte. Ich bräuchte immer Werkzeug zum... ...zureintreten. Kaputt machen. Ich dachte, ich weiß trotzdem nicht, ob mein Flugi noch lebt. Ist das egal wie? Leben wird er noch. Sonst hättest du eine Meldung bekommen. Stimmt, ja. Und pfeifen kann ich ja auch noch. Ist das egal wo ich pfeife, oder muss ich in einer gewissen Reichweite sind? Ich glaube, du brauchst eine gewisse... Ja, eine Reichweite brauchst du. Ich muss erstmal auf der Map gucken, damit ich weiß wo ich hin muss. Ach. Ach gut, ja. Alles klar. Also immer schön geradeaus. Arnold. Ja. Ja. Bist du drinnen, oder was? Nee. Achso, stimmt. Du kommst ja nicht rein, ja. Du warst ja gegen Gelämbe. Hm. Durchboxen kann ich mich hier auch nicht. Geht nicht. Ach, das ist doch scheiße. Wieso? Kann ich ja das Haus wieder umstellen? Nee, ja. Äh, ne. Du müsstest in deinen alten Stamm zurück. Aber das geht irgendwie glaub ich gar nicht. Das geht dann glaub ich gar nicht. Das weiss ich nicht genau. Wenn du das mit den Fäusten machst, irgendwann fällst du um und stirbst. Dann hälst du es dann, du hast dich selber umgebracht. Wir hätten höchstens eins machen können, äh, ne Allianz bilden. Das hätten wir auch machen können, ja. Toll. Das wäre vielleicht sogar clever gewesen. Nein, jetzt was... Oh, scheiße. Jetzt bin ich... Oh, gehen mehr drin. So, der wie? Ich bin auf den Falsch Knopf gekommen. So, ich hab jetzt hier zwei Viecher am tame. Was hast du? Was hast du jetzt schon wieder am tame? Strike und ein Pappvogel für dich. Noch, wie gesagt... Noch hab ich keine Meldung gekriegt, aber... Ich weiß nicht, ob die Meldung schon durch ist. Ich hab mir nicht aufgepasst. Kannst du ja nicht sagen. Oh, da ist ein Grüner. Halt mal schnell bei dem Grün an, ne? Wenn ihr zufällig, ähm, Schildkröten findet, könntet ihr die mal platt machen und mir das... Was? Ich muss erst mal heilen, Süße. Ich bin... Ich bin viertel tot. Oh. Durch die scheiß Kack-Fledermaus. Ups. Und grünes Ding, ja. Da könnt ihr aber auch hinrennen. Na, ich bin schon da mit dem Boot. Falls hier... Keiner. Ich bin schon da. Weil ihr habt ja hier... Dings, weißt du? Waaah! Geht's ans Wasser? Ja. Wie gesagt, ich bin schon da mit dem Boot. Ach, das ist ja mit nem Wasser. Ach, das ist ja mit nem Wasser. Ich bin schon da mit dem Boot. Ja, du bist schon da mit dem Boot. Ich hab das verstanden. Hehehe. Ach, ich komm... Ich komm so... Ich komm so gar nicht ran. Du wirst jetzt Wasser. Mhm. Ich seh's grad. Merk's grad. Ach, das Ding hat ja wohl keinen Rückwärtsgang. Ach, Mann. 55... Da hat grad ein Herz drüber. Spinstvoll, he? Wird nie gefogelt. Ja, das Herz heißt nur, dass ein Maid boostet. Also wenn dich einer angreift, greifen alle beide an. Oder du greifst einer und greifen dich zwei hier an. Johto ist greifen die an. Ja, noch nicht. Die sehen ja die klatschen, die haben die ab. Ich greife nur an, wenn du selbst sie an... An die Zeps. Da greife ich sie nicht an die Zeps. Ach, hier sind ja auch. Ne, was ist denn das? Sind das Kristalle hier? Na die, wo rennst denn du rum? Ach ne, das ist nicht... Irgendwo in der Pampa. Ich hab hier grade zwei Viecher am Flamen. Aha. Oh, guck mal. Pelz. Ich glaube, mich greift grad was an. Ich glaube, mich greift grad was an. Ich glaube, mich greift grad was an. Pfff. Ja, mich greift grad irgendwas an. Wie lange wird deine Rüstung... Bleibt mein Rucksack eigentlich liegen? Ne, ich hab dein Zeug alles rausgenommen. Achso. Weil der Rucksack ist nicht mitgekommen mit dem Schiff. Was ist denn das Dreckvieh? Ich hab auch keine Pfeile mehr, sehe ich grade. Scheiße. Achja... Achja... Ich würde... Ja, es war eh... Es war eh bloß nur ne Rotz drin. Also von daher... Wo stehst denn du jetzt, Buddy? Ja, am Ufer hier. Ach, da vorne. Alles klar, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist ja nur doof, Alter. Muss ich mir jetzt ne neue Bude bauen extra? Ja, du kannst doch bei uns mit einziehen. Ist doch egal. Das ist eh noch nicht fertig, das Haus. Das ist, ne? Das ist nicht mal ansatzweise fertig. Das wird eh noch höher gemacht. Ich versuch erstmal meine... Ich versuch erstmal meine Tür reinzup... Hier, du stellst... Ähm... Süße! Warte, ich... Warte, warte mal, Buddy. Ich will gleich mal gucken, dass ich hier noch ne Tür und da noch ne Rampe rein... ...dran kriege. Dass wir nicht immer rings rumlaufen müssen. Ich bin kalt. Ach komm, ey. Das ist ja... So, warte. Warte, warte, warte. Hab ich noch ne Rampe einstecken? Ne, hab ich natürlich nicht. Weißt du, das Schlauchboot her? Da runterhängt. Das ist ein Floß. Das ist... Das ist... Das ist das eigentliche Boot. Das haben wir bloß ausgebaut, das Teil. Ach, shitty Kack. Was brauche ich denn jetzt für ne Rampe? Ach, hier. Haben wir doch schon ne... Holzfaser mit... Ne, ich kann schon, ich kann schon eh ne bauen. Ist alles gut. Ist alles gut. Weil ich mach jetzt gleich mal so, dass wir auf beiden Seiten dann ne Tür haben. Oh. Dass wir nicht immer umdrehen müssen. Weil das ist echt ein bisschen Supp. Ja, ich hab gut gegessen. Wissen, das Ding ist so groß wie dein Kopf, ey. Was? Der Kackhaufen. So. Ja, da weißt du wie groß dein Kackhaufen ist. Willst du mich nochmal einladen? Ach so. Warte, ja. Wie... Da müsste eh... Muss du mal gucken wann das aufkauft. Das kann natürlich sein. Level 71, ihr Suchtlappen ey. Ne, bei mir geht's nicht. Ich kann, ich kann, ich kann dich nicht einladen. Kannst du mich nicht einladen? Warte mal kurz. Ach, warte mal doch. Jetzt hier. Du bist jetzt Admin. Mach ich dann mit Buddy auch gleich. So. Müsstest du eigentlich gleich was kriegen? Ja. Gut. Warte hier, dein Gelumpe. Halt jetzt beide Admin. Halt. Ähm, zack. 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 Versuchen. Zack. Dass ich meine Tür wenigstens kaputt kriege und das Zeug auch noch retten kann. Ja, ja. Kann man machen. Kann man machen. Alles kein Ding. So, dein Bogen. Deine Pfeile. Alter. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Hier, dein Schlauch. Ja, die, die, die Spikewall, die hättest du ja. Ah ja. Wenn, dann wird alles mitgenommen. So, ich werde jetzt auch mal ein bisschen Licht auf dem Scheißboot machen hier. Weil das geht mir grad tierisch aufs Ei. Dass hier kein... Was hast du jetzt mir noch? Dass hier kein Licht ist. Halt, nicht abreißen. Meine Eisen, meine Kristalle hast du ja auch noch einstecken, oder? Äh, ja, ich glaube. Möglich. Ey, na. Oh, die, die Fackeln bringen immer echt nichts, ey. Die Fackeln bringen immer echt gar nichts. Geht natürlich n... Älter. Jetzt hab ich kein Holz mehr für irgendwelche Holzscheißgelümpen, Mistrotze. Kacke, Scheiß, Mistgelümpen, Kacke. Da bin noch Holz im Schrank. Was brauchst du jetzt? Dieses Keratin brauchtest du, hast du gesagt, oder? Keratin oder Chitin? Wie viel Keratin haben wir denn? Ähm, aufm Schiff sind 49. Und Chitin sinds 5. Ne, ich glaub... Ich glaub ich muss dann erstmal Holz klopfen gehen. Ähm, Buddy, dein Bogen hab ich glaub ich auch noch, ey? Mein was? Dein Bogen? Ne. Hast du ihn mir gegeben? Oder... Hab ich dir ihn gegeben? Gut. Ja. Okay. Weil ich hab grad noch einen im Inventar gefunden. Also die Tür kann ich kaputt machen. Ich bräuchte aber noch einen zweiten, damit er mir hilft. Ja, ja. Geht los, geht los. Ich bin, bin da. Bin sofort da. Was geht schneller? Der Axt oder das Spitzhacken? Ich glaube Holz machst du besser mit der Axt. Ist also auch kaputt, denk ich mal. Müsste schnell... Müsste besser gehen. 707... 694... 618... Warum du dich nicht erstmal anziehst? Hier. Bitte nur die Tür, danke. Ist das jetzt die Tür? Weil ich seh nischt, hier ist es finster wie ein Bärenarsch. Ich seh hier auch fast gut. So, müssen wir erstmal bei Buddy einbrechen. Hahaha. Kloppen alle auf die Tür ein. Hahaha. Boah, was jetzt? Ich hab... Ich hab Hunger. Wie flammert denn eigentlich noch? Ach, 3000 noch. Ein bisschen über 3000. Boah, nicht so sauf mir, ey. So Cola. Nee, keine Cola, nee. Ups. Sag mal, mir ist kalt. Ich blöde erst mal. Ja, zieh dich erstmal die Rüstung an, ja. Naja. Mach die Axt ist gleich im Dutt, ey. Schon wieder. So, Moment. Ich muss mal kurz was zu trinken einkießen. Gut, das ist der Augenblick wie der. Jetzt ist mir nicht mehr. Halt. Autsch. Hast du mich jetzt grad gehauen? Mach wenigstens so zu hell jetzt. 1000er? Hä? Oder? Ja, nee. So in etwa. Tausendfünfe. Ha. Oh jetzt sind wir bei 900. 800. 700. Hm. 600. 100 5 Die ist schon schwarz die Tür 4 2 2 1 Ich bin erschöpft Wieso, hä, wieso gar nicht so tschüss? Ich werde kaputt machen Lustig Jetzt Bitteschön Treten sie ein in ihr Haus Das dürfte ja auch nicht mehr deiner sein, hä? Nee Verwärmt Kommst du jetzt überhaupt an irgendwas ran? Komm in die Kiste rein, ja Gott sei gedankt Ist ja schonmal was Naja, die Bären, die brauche ich jetzt nicht unbedingt Ich will bloß erstmal her Das andere Zeug hier, kannst du noch was mitnehmen hier? Das wird nämlich ganz schön fülle Weil ich habe noch Warte Hm Ja 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 Ja